So, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall Level noch in Richtung Level 10 erstmal, würde ich sagen. Na, für die, die vielleicht zuschauen, wird es auffallen. Ich musste irgendwie PS4 neu starten. Bin aber nur hergelaufen. Ich habe nichts gemacht. Letztmal war ja noch eine Aufgabe. Das habe ich auch nicht erledigt. Es ist jetzt am EP schon, dass alles gleich geblieben ist. Es hat sich nichts geändert. Ich bin wirklich nur nochmal neu hergelaufen. Also, das ist alles noch beim Alten. Einziges Vorteil ist, wir können die Kisten wieder aufmachen und nochmal den komischen Keiler besiegen könnten wir. Müssen wir aber nicht. Auf jeden Fall Level 10 ist mal angepeilt als Ziel. So, sehr schön. Mal gucken, wie die Kiste hier vorne können wir auf jeden Fall noch machen. So, jetzt sind wir Wespen verhauen. Okay, guck mal, ob es besser ist. Ja! Ein bisschen bessere Waffe. Den haben wir ja letztes Mal gefunden. Oh, woher willst du denn hin? Was macht der da? Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Der geht von alleine da hin. Den vergängt von ganz alleine da hin, ich schwöre. So, gucken, was wir jetzt in der Kiste haben. Mal wieder Herstellungskristall. Na ja, gut. Brauche ich auch. Okay, da ist die Keiler-Sau wieder. Ja, ein bisschen mehr damage ist schon. Na ja, jetzt mit dem Ding also. Ah, du Böde, Keiler-Sau, du. Ah, ich mach dich fertig. So, hier haben wir auch noch eine, wenn wir schon mal dabei sind. Hm. Läuft gut, läuft gut. Wuii. Wollen wir aber zum Sammeln in der Ecke. Ja, hier irgendwo. Ja, gut, dass wir in der großen roten Kiste auf jeden Fall ein Schwert gefunden haben. Das war echt gut. Mal gucken, ob wir das noch verbessern könnten. Aber mir fehlen schon wieder das Metall dafür. Ne, es fehlt ja aber irgendwas. Das ist ja so. Haben wir hier irgendwo noch eine Aufgabe oder müssen wir für das nächste Gebiet? Schön. Hier unten haben wir noch eine Aufgabe. So, da vorne ist noch eine andere Gruppe unterwegs. Haben wir hier noch für Aufgaben? Deutscher Knopf. Da brauchen wir jetzt zum Aufsammeln. Sehr gut. Die Dinger haben wir oder haben wir dafür eine Aufgabe? Schauen wir mal in unsere Quests. Salzkrabben, Schildkröten. Situiden zerweilen wir. Grabeschäle, das ist alles nicht hier. Das ist alles woanders. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Das hetzt ja nichts. Kann ich auch. Okay, hier sind noch ein paar Wüsten. Ich bin schon wieder vergiftet worden. Boah, jetzt geht er wieder da hinten ab. Seht nix. Ich seh den Gegner vor lauter Bäumen nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Ah, Level 12. Können wir eigentlich schaffen, eventuell. Ah, sehr gut. Der war ideal. Und wir haben Stufe 9 erreicht. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Sehr gut. Dann musst du doch jetzt eine Quest erledigt haben, oder? Ja, ein Baum erledigt. Da brauchen wir noch drei Bäume. Aber ich glaube, das ist ja nicht bei jedem Gegner so. Also, es macht, dass ich mich nicht verdrücke. Leider sehr häufig vor. Brutstädte. Okay. Was brutstädtet denn hier so? Oh, ein bisschen Damage macht er schon, ne? Oh, wow. Krabben vorhauen, oder sind das die Viecher hier? Oh, wow. Sehr gut, Level-Aufstieg von Asuna. Ne, ist aber Level 9. Ich hab mich tot zu... Alter, geht das, geht ab. Auf dem Film hab ich irgendeine Quest abgeschlossen. Okay, die Viecher waren es anscheinend schon mal nicht. Doch, die krabben her. Das ist das Symbol davon, wenn ich durfte. Okay, ciao, Sabato! Komm schon, sehr gut. Du musst irgendwie einzeln erwischen, wenn du dir als ganze Gruppe erwischt, ist ja gar nicht so einfach. Einnötig, dann heile ich doch. Weg demnächst, no, es kommt drauf hier. Oh nein, ich komme da nicht raus. Haha, habe für mich auch nicht Damage gemacht. Boah, das hat gesetzt. Oh, das wird schon anstrengend ab Dauer. Oh, das wird schon anstrengend ab Dauer. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Cool. Buttonmashing hilft auch manchmal. Uh, Wassersucherkrabben, alle erledigt. Au. Die hier sind schon respawned. Mal echt aufpassen. Gut, in diesem Gebiet haben wir außerdem einen riesen Baum als Event nichts mehr zu tun. Dann müssen wir sagen, laufen wir doch mal in den nächsten. Hm. Okay. Wow, wuppu, da vorne. Sammeln ist hier auch noch was. Warte. Wir tun es noch nicht in die Stadt gehen. Auf jeden Fall erstmal Stufe 10. Obwohl das schon gar nicht mehr so viel ist, bis Stufe 10. Genau, bis in 11, vielleicht bis Stufe 11 oder Stufe 12. Gucken wir vielleicht in die Welt an. Wir dürfen ja nur nicht zu weit nach Süden gehen hier, glaube ich. Ich glaube einen können wir noch runter. Na egal. Hören wir erstmal um die Kiste. Mal die Kiste holen. Mal das überstehen hier alles. Okay, warte mal. Ob Todsünden ist... Ich weiß keine so gute Idee. Kann ich hier drauf legen. ... Ich muss jetzt... ne da ist noch... Dieν hier. Dann macht der nicht immer so ein Terrain? wir dann damit man fällig ist bäume vermöbeln ist gut die brauchen wir sowieso ein bisschen so nah beieinander sein es ist es 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 ja kommt schon drauf nach jawoll und den großen baum hier jawoll schön klein und lieferer haben auch gelevelt ist sie jetzt auch? ah nein da ist noch einer wow das siegel ist gebrochen was haben wir jetzt tolles drin ein kristall nein ein heiltrang augen schuf zwei heiltrang was ist gut das ist gut so ein heiltrang kann man wieder gebrauchen wenn man länger draußen bleiben will ne also so viel heilt der kleine ja hier nicht mehr das ist gut das ist gut wow 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 oh das ist noch eine boss kiste ist bestimmt da ne level 13 wow 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 soll ich es versuchen? irgendwie will ich es ja ne eine vier haben wir auch geschafft dass wir hier nicht mehr gut okay und und aber das war nicht gut okay der ruft dann noch verbündete das ist natürlich hier kommt der haut ab okay der ist noch nix der war noch nix also mit der mit dem verbündeten ist ja echt haben wir ja schwer natürlich der andere muss da wieder kommt schon weg schwer hier für den typen bräuchte noch ein bisschen mehr skill sagen ja mehr ahnung von dem was ich tue das hier würde eventuell auch nicht schauen die rote schaue ich nicht aber die blaue da unten in der ecke vielleicht da vorne ist noch eine gruppe von anderen spielern ob wir die da so treiben jetzt geht es ganz schön krass lange dauert ja hier muss immer was zum sammeln sein ja gut wir holen uns erstmal die kiste dahinten ich hab ja voll daneben gesammelt ja hab ich super gemacht ja hab ich super gemacht das ist echt übel weil sie hier manchmal an tag legen ich werde bestimmt mal besser ich werde bestimmt mal besser ja 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 immer auf die kleinen auf die kleinen mit den rücken nur die kleinen dicken mit der brille aber gar keine brille haben wir schon alle geoffen vier sterne binde aber die haben wir schon mehrfach und man mit mehr stärke zweimal dieselbe jetzt und hier nochmal weiter richtung süden noch habe ich ein bisschen ein bisschen lebenspunkte und so habe ich noch so was sagt die karte zu sonnen sind ja gut außer noch die rote kiste ist hier nix dann also nicht so übel nur in dem gebiet waren wir noch gar nicht so weit unterwegs war doch so und dabei müsste jetzt das gebiet mit dem lager sein ja müsste ja richtig ich habe doch den anderen knopf hallo danke ja muss man aufpassen da vorne geht es jetzt mit der haupt story weiter ok 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 einfach mal kurz reingucken salzkrabbel ok das sind die falschen schildkröten buffel ok das brauchen wir hier arbeiterwespen boah da hätten wir noch etwas zurückgeben müssen Arbeiterwespa haben wir hier wohl nicht. Scherenschwärmer, na gut. Dann kriegen wir vielleicht hin. Eine Salzkrabbe, die brauchen wir. Sehr gut. Eine grüne Schildkröte. Ich brauche die Hilfe, Leute. Oh, das ist der Boss der Truhe. Der Herr, der See ist schon 15. Ja, macht ihr die mal blöd. Ihr macht das schon. So. Au, na, wollte ich eigentlich auswählen. Was hat er denn jetzt nicht gemacht? Bin ich doof? Natürlich bin ich doof. Immer aggressiv drauf, ne? Meistens hilft es. Nicht immer, aber meistens. Wow, er habe mich trotzdem noch erwischt. Das ist auch nicht. Wow. Nicht klein, schon wieder auf dem Boden. Ah, der Kleiner hat wohl nicht sehr viel Leben. Wenn er einen Heiltrang voll ist, oder der hat die besseren Heiltringe? Oh, königlicher Armwalf. Oh, schön. Habe ich schon. Oh, gut. Habe ich schon. Macht nix. Aber das macht nix. Ihr kämpft gegen die. Seid ganz schön mutig. Wie viel Level habt ihr eigentlich so im Schnitt? Level 10. Ah, da vorne geht's schon mit der Hauptstory weiter. Ich wollte aber unbedingt mal Level 10 werden vorher. Ich geh eigentlich ne Sackgasse. Ne, da hinten geht's rum. Warte mal, wer hat der denn so ein Rettel-Symbol? Ah, okay. Silbererz, mal zwei. Da ist noch eine Salzkrabbe. Wo ist noch ne Schildkröte? Ne, glaub nicht. Baum, noch zwei Krabben. Krönte Bestien. Und jede Menge Arbeiterwespen halt noch. Ja, guck mal, hier sind so viele Krabben. Wir wollen hier und da ne Salzkrabbe finden. Was bist du? Ah, guck mal, Salzkrabbe. Ja, nein. Oh, eine. Wow, perfektes Timing. Jawohl, Salzkrabben abgeschlossen. Vorsichtig. Ich werde hier gleich noch die Hauptstory aktivieren und dann geht's auch mal weiter. Sehr gut. Aber bis 10 fehlt ja nicht mehr so viel. Was war das denn? Oh, ist weggeflogen, die Grauabdexen. Was ist mit Skills? Bin ich im Speer, bei 198. Schlangenbiss. Angriff mit Flächenschaden. Okay, Mob war langsam. War langsames Fluch. Gibt's da oben, das ist hier. Tempo-Boost. Ganz schön lange. Gut, gut sein. Ein Schutzfeld habe ich doch schon, ne? Den Palette. Ein Schildüberzug. Barrieren kann ich. Schildüberzug. Hier ist Tempo-Boost. Eingriffe erhöht plus 50 für 5 Sekunden und Abwehr plus 50 Prozent. Hier lang geht's auch Richtung Tank. Aber da wollen wir ja nicht hin, ne? Da wollen wir hier lang Richtung Einhandsperrt Beherrschung. Und da wollen wir ja nicht hin. Wasser. und hier sehen sie sich ja ähnlich das mopfer langsam wo 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 ich bin nicht lebt zehn Ups, was ist denn jetzt passiert? Egal, fangen wir Devil C noch hier oder gehe ich zurück und fahre noch ein paar? Ne, machen wir hier, komm Oh, das ist toll aber schön dass wir für jeden egal wie niedrig die sind bisher eine kriege immer erfahrung wir fahren mal zum sagen habe ich gerade wohl übersehen gekonnt natürlich ganz gekonnt übersehen main skill übersehen sehr gut der fachtreffer aber ja gut, viel fehlt noch, fehlt nicht mehr viel, vorne ist die gest aktiviert, da müssen wir aufholen gut 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 Und immer noch nicht. Das fehlt noch immer ein bisschen. Scheiße sag ich schon. Scheiße, dass wir nichts mehr zu tun haben. Ich geh noch mal zurück und hau noch mal. Arbeiterbie. Sehr gut. Ich will ja ihn nur heilen und nicht Argo ziehen. Na egal. Ah ja, gut. Gehen wir noch mal schnell zurück und hau noch ein paar Wespen und hau noch ein paar Wespen und... Ja. 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 Ja.